Der Nationalrat hat sich im Juni für die TV-Alli und für den Zugang zur Samenspende für lesbische Paare ausgesprochen. Die Rechtskommission des Ständerats möchte jetzt aber nochmals die Verfassungsmässigkeit dieser Vorlage überprüfen. Die Juristin Anne-Sophie Morand hat nach Bekanntwerden von diesen Neuigkeiten auf den sozialen Medien ihr Unmutkonto. Sie sind wütend und enttäuscht über diesen Schluss. Als ehemalige Vizepräsidentin der FDP-Kanton Luzern und Vorstandsmitglied des Zurich Pride Festival können Sie sowohl die politischen als auch die gesellschaftlichen Aspekte, die diese Vorlage mit sich bringt, bestens. Mich nimmt es Wunder, wie Sie den Entscheid einordnen, wie tolerant man in der Schweiz wirklich ist und wie es jetzt weitergeht. Hallo, Anne-Sophie Moran. Hallo, Anne-Sophie Thomas Sodermatt, hoi. Hallo, Thomas, hoi. Wie geht's dir? Ja, gut. Ich bin gespannt auf unser Gespräch und freue mich sehr, was du alles hier verfragt hast. Aber sonst geht's gut und ich hoffe, für dich geht's auch gut. Danke vielmals. Ich freue mich natürlich auch und ich möchte gleich einsteigen. Zuerst einmal herzliche Gratulation zum Swiss Diversity Awards. Das ist zum zweiten Mal verliehen worden, letzten Samstag im Kurshaus in Bern. Und die Zurich Pride, wo du ja im Vorstand bist, hat abgeräumt. Was bedeutet das dir? Was bedeutet das euch als Zurich Pride? Also es ist natürlich super und wahnsinnig toll, dass wir hier gewonnen haben, dass wir den Award gewonnen haben, im Bereich Heldspitier Plus. Ich würde sagen, es ist ein schönes Gefühl, dass wir auch einen Reward zurückbekommen, für all die Arbeiten, die wir gemacht haben. Weil die Arbeit, die wir beim Pride machen, also mehr vom Vorstand und auch vom erweiterten Alt-UK, das ist alles ehrenamtlich. Wir verdienen nichts dabei. Und wir krampfen eigentlich das ganze Jahr über, gewisse mehr, gewisse weniger. Also vor allem unsere Präsidentin hat einen reinen Job auch so gemacht, auch in den letzten Jahren. Und das ist einfach schön, wenn man manchmal Anerkennung bekommt, auch mit so einem Preis. Darum haben wir uns sehr gefreut, wir haben einen super schönen Abend gehabt. Es war auch interessant, zu einem Networken und mal wieder Leute zu sehen. Also gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo man eigentlich niemand mehr gesehen hat, oder nie mehr an so einer Veranstaltung gegangen ist, es war mir schwierig, wieder ein bisschen unter Leuten zu sein. Und soviel, du bist mir Mitte August mit einem Facebook-Post von dir ins Auge gestochen, bezüglich einem Entscheiden von der Rechtskommission vom Ständerat zur Ehe für alle. Sie haben entschieden, die Verfassungsmässigkeit zu prüfen oder erneut zu prüfen. Und dann hast du geschrieben, ich zitiere, ich bin wütend und enttäuscht, oder vielleicht bin ich einfach zu fortschrittlich und gesellschaftsliberal für dieses Land. Wie ordnest du der Post von dir jetzt rund einen Monat später? Also ich muss sagen, ich habe mir lange überlegt, was ich schreibe. Und ich habe gewusst, ich möchte etwas schreiben. Und ich würde heute genau das Gleiche wieder schreiben und ich bin immer noch wütend. Weil ich finde der Entscheid, dass man die Verfassungsmässigkeit prüft. Also man hat etwas prüft, das schon längst klar ist und durch verschiedenste Gutachten schon durchgekriegt worden ist. Das ist rein taktisch von dieser Kommission, oder von gewissen Leuten natürlich, dass wir das ganze Geschäft dort noch mehr ausverzögern. Und dort möchte ich wirklich nochmal sagen, die parlamentarische Initiative Ehe für alle ist 2013 eingereicht worden. Also von über sieben Jahren. Und wir haben es immer noch nicht fertiggebracht. Und wir haben es immer noch verlängert und verzögert, damit Schwulen und Lesben immer noch nicht die Gegenrechte haben. Und ich verstehe etwas nicht, was so klar ist in meinen Augen, also in den Augen des Volkes eigentlich, dass wir so vorbeipolitisieren in Bern bei dieser Frage. Du hättest gesagt, es ist taktisch im gewissen Lager. Das heisst, inwiefern ist es vielleicht sogar fast etwas zu erwarten gewesen? Also das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Es kann sicher sein, dass wir noch etwas länger diskutieren, und dass es vielleicht nicht in einer Kommissionssitzung durchgeht. Aber man hat eigentlich schon so gute Vorarbeit geleistet in der nationalerätlichen Rechtskommission. Und darum bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass die grundlegenden Fragen schon ganz klar genug durchgeherrscht und geregelt wurden. Und es ist jetzt so, man hat gesagt, wir möchten Anhörungen. Und ich habe ja auch bis letztes Jahr im Wohnungsmaus gearbeitet. Gerade bei einer Kommission. Aber nicht bei der Rechtskommission, sondern bei der Umweltkommission. Und dort habe ich natürlich so etwas mitbekommen, und ich sage jetzt mal pro Forma, wie das so etwas läuft hinter der Kulisse. Und wie man ein bisschen Sachen ein bisschen auszögern kann und ein bisschen schneller machen. Und ich muss einfach dort ganz offen ehrlich sagen, wenn man wirklich etwas will, dass es vorwärts geht, dann geht es vorwärts. Aber in welcher Lage stand denn jetzt der Entscheid? Also man muss es natürlich so sehen. Grundsätzlich ist das natürlich ein Mehrheitsentscheid der Kommission. Und die Rechtskommission ist natürlich so zusammengesetzt, dass von allen Parteien gewisse Vertreter natürlich die der Kommission sind. Ständerat ist auch bekanntlich ein bisschen konservativer, sagt man auch. Und natürlich ist auch die Ständeratliche Rechtskommission ein bisschen konservativer als die nationalörtliche. Was ich jetzt einfach dazu sagen muss, ist, Bei der Ständeratlichen Rechtskommission hast du einen Kommissionspräsidenten von der CVP, der aus dem Wallis ist. Also ich bin auch halb Walliserin, ich weiss doch, wie die Walliser manchmal schicken. Ich bin vielleicht ein bisschen sturer, so wie ich manchmal. Und das ist einfach jemand, der sehr konservativ ist aus meiner Sicht. Ich habe auch für ihn geschaffen, den Kommissionspräsidenten. Ich habe ihm auch übrigens eine E-Mail geschrieben. Nicht nur eine Facebook-Code gemacht. Sondern ich habe ihm direkt eine E-Mail geschrieben. Ein ganzes langes. Und ich habe ihm meine Täuschung auch die Kunden gegeben. Und es sind einfach zwei Sätze zurückgekommen. Also sorry, es ist Kommissionsgeheimnis. Ich sage nichts dazu. Das habe ich ein bisschen schade gefunden. Weil ich habe mir das ihm nicht gegeben, dem E-Mail. Und der Kommissionspräsident hat natürlich schon gewisse Macht, sage ich jetzt mal. Ich möchte nicht gerne zugeben, aber es ist meine Meinung. Ich habe das letztes Jahr ein bisschen gemerkt. Auch bei meinem Job im Bundeshaus. Dass man auch relativ viel steuern kann. Und dann sagen, welche Geschäfte auf der Bahn kommen oder nicht. Und der hat natürlich sicher auch Einfluss. Und man muss auch sehen, oder? Wenn man jetzt mal schaut, wie der Nationalrat abgestimmt hat. Der hat ja schon über die E-Mail eigentlich schon abgestimmt. Der ist ja jetzt in der Rechtskommission zum Ständerat. Und geht nach der in Ständerat. Und im Nationalrat hat Grün, SP, FDP, GLP, Die sind alle ganz klar für die Ehe für alle. Und auch für den Minderheitsantrag. Zugang zu Samenspenden. Und aus dem sind originäre Mutterschaft. Also dass beide Mütter ab Geburt Mütter sind. Und nicht der langwierige Prozess mit der Stiefeladoption nach über einem Jahr. Die sind alle dafür. Bei der CVP ist die Hälfte, vor allem mehrheitlich Frauen, auch eher offen. Aber man hat natürlich sehr konservative CVP-Wilder leider. Wo natürlich der Vorlag sehr kritisch im Weg stehen soll. Und dann über die SVP ist natürlich auch so. Die ist natürlich eher kritisch. Und wenn es um die originäre Mutterschaft geht. Dort sieht man natürlich auch über die SVP, dass die klar dagegen sind. Ich bin froh, dass meine Partei so offen ist. Und also ganz klar auch hinter der Ehe für alle steht. Ich hoffe jetzt einfach, dass der Ständerat nachher einfach nicht auch noch am Volkswillen dort vorbei politisieren will. Es wird geprüft, heisst es, die Verfassungsmässigkeit. Das heisst, es kann immer einen negativen Entscheid geben. Also was für das Szenario gibt es denn jetzt? Also man kann es eben machen. Man macht jetzt Anhörungen. Und dann tut man normal alles durch. Das heisst, man schaut, muss es eine Verfassungsänderung geben. Und das ist natürlich eine Überlegung, die wichtig ist. Weil wenn es eine Verfassungsänderung gibt, also muss es geben. Und die Verfassung muss geändert werden. Was ich nicht begreife. Weil wenn man mal in der BV schaut, das steht in Artikel 14. Da steht, die Ehe ist für alle gewährleistet. Und es steht also nichts von Mann und Frau drinnen, die man jetzt ändern muss. Also das ist eigentlich ein Witz. Das ist einfach rein taktisch. Wenn man natürlich die Verfassung ändern muss, dann würde das zwingend vor das Volk kommen. Es braucht natürlich auch ein Ständenmeer. Und nicht nur ein Volkesmeer. Und das ist so die Hoffnung der Gegner. Damit die Pflicht, das Ständenmeer, also das Pflicht daran scheitern kann. Wenn natürlich die Verfassungsmässigkeit... Also wenn die Entscheidung ist, man muss nicht die Verfassung ändern. Also ich hoffe sehr schwer hoffen. Dann ist es einfach eine Gesetzesänderung. Und eine Gesetzesänderung, das muss nicht zwingend für das Volk. Es kann natürlich aber später ein Referendum ergriffen werden, was ich denke. dass das von sehr konservativen Kreisen kommen wird. Davon geht nicht aus. Aber es braucht dann nicht das Ständenmeer. Nur das Volkesmeer. Du sagst, es ist die Taktik. Wir wollen es bewusst verzögern. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie tolerant ist denn die Schweiz wirklich? Respektiv ist der politische Rückhalt für die Ehe für alle? Eben wirklich so gross wie immer propagiert wird? Ja, also definitiv. Wenn man eine Umfrage anschaut. Gerade von Anfang Jahr 2020 hat es gezeigt, dass über 60% der Bevölkerung ganz klar für die Ehe für alle ist. Sogar inklusive Zugang zu Samenspenden. Da muss ich vielleicht noch kurz erwähnen. Ich glaube, viele wissen wahrscheinlich gar nicht genau, was es bedeutet. Der Unterschied ist Ehe für alle. Also Ehe für alle light, muss ich sagen. Und was es auch noch bedeutet mit dem Minderheitsantrag, Zugang zu Samenspenden und originäre Mutterschaft. Da muss man natürlich noch viel Aufklärungsarbeit leisten. Dazu kann ich dazu auch noch etwas sagen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, in der Schweiz ist es ein sehr tolerantes Land. In den Städten ist man offener als auf dem Land. Wobei ich eigentlich finde, dass die ländlichen Gebieten auch sehr offen sind. Wenn ich das so wahrnehme, ich glaube, es ist auch noch eine Generationenfrage. Viele Jungen sind natürlich sehr offen und haben ganz viele Schulen im Lesben- und Transmenschen. Alles mögliche in einem Freundeskreis. Und die ältere Generation ist eher kritisch. Das gut, alt bewerten, auf das zu besetzen. Ich denke, wenn man diesen Umfragen folgt und auch sieht, dass eben über 60% der Leute ganz klar über Ja sagen. Und das auch mit Blick auf die letzte Abstimmung genommen haben, die wichtig war für unsere Community. Der Diskriminierungsschutz, wenn wir dort auch bezahlen waren, war das auch ziemlich deutlich. Also sehr deutlich über 60%. Und ja, die Leute sind offen, habe ich das Gefühl. Und auch wenn man mal schaut um uns herum in Europa. Ich meine, alle haben die Ehe für alle. Überall dürfen die schulen Lesbien heiraten. Und einfach die Schweiz hat mal wieder etwas länger. Das hat sich damals auch im Frauenstimmrecht gezeigt. Bei gewissen Sachen sind wir langsamer. Manchmal ist das auch gut. In diesem Fall muss ich sagen, wir sind wirklich hinterein. Und ich glaube, die Schweiz ist ganz klar ready für alle und für die Gleichberechtigung. Jeder ist im Freundeskreis. Aber wer denn nicht kennt, ob er schwul oder lesbisch ist. Weil 10% der Gesellschaft sind schwul, lesbisch oder bisexuell. Du hast gesagt, es gibt noch viele Aufklärungen zu leisten. Ich glaube, das Erste ist, dass die Leute verstehen, worum es überhaupt geht. Und du hast schon ein bisschen Angst. Ehe für alle einerseits, Zugang zu Samensparen. Andererseits, wenn das jetzt jemandem müsste, ist ganz kurz und knapp erklären, worum es geht. Weil oft sind ja auch Missverständnisse. Wie würdest du das machen? Bis jetzt haben wir die Ehe für alle, dass man heiraten kann. Das ist auch unser Ziel. Es gibt aber im Moment aktuell einfach die eingeträgte Partnerschaft. Wir haben also eine eingeträgte Partnerschaft oder die Ehe. Und bei der Ehe hat man natürlich viel mehr Rechte. Und bei der eingeträgten Partnerschaft haben zwar alle Pflichten, aber man hat nicht die gleichen Rechte. Und das ist in verschiedensten Bereichen. Das ist zum Beispiel im Gütenrecht. Ich weiss, das ist für viele ein bisschen wahnoffen, das zu sagen. Aber bei der Ehe hat man drei Gütenstände auswahl und bei der eingeträgten Partnerschaften nur zwei. Das Güterrecht hat wieder Auswirkungen auf das Elbrecht. Ich habe meine Ehegattin zum Beispiel nicht optimal der Günstige, so wie das hier draus könnte. Dann gibt es Unterschiede im Sozialversicherungsrecht bei den ganzen Kinderfragen. Und eine ganz wichtige Frage ist natürlich, dass wenn ich zum Beispiel meiner Partnerin ein Kind haben würde, dann bin ich, und ich bin nicht die biologische Mutter, dann kann ich nicht abgeburt die Mutter sein. Das heisst, das Kind ist eigentlich über ein Jahr, bis ich das Kind offiziell adoptieren kann mittels Stiefkindadoption, ist über ein Jahr nicht geschützt. Also wenn ich zum Beispiel stirbe, dann ist das Kind dann erbberechtigt. Oder wenn in meinem Partner etwas passiert, dann ist das Kind vollweise in diesem Jahr. Und das ist natürlich, also das ist eine riesige Katastrophe. Es führt auch zu viel Unsicherheit bei den lesbischen Frauen. Und auch zu vielen Tränen. Auch Frauen, die wir schreiben immer wieder, weil ich natürlich sehr exponiert bin im Zurich-Bride-Vorstand, wo wir schreiben und ganz verzweifelt sind. Man sagt, warum geht das nicht? Und wie können wir das irgendwie machen? Und sollen wir auf Holland ziehen? Und dort ein Jahr wohnen? Und das ist schon, also ich finde, das ist schon recht eine traurige Angelegenheit, dass eigentlich die Kinder, die Kinder, die einfach existieren, das ist ein Fakt, die kommen und die existieren, nicht geschützt werden. Und darum muss ich sagen, es ist nicht nur wichtig, dass das gleich benennt wird, also Ehe für alle kommt, sondern dass es nicht ein Eheleiter ist, sondern dass auch Kinder dort geschützt werden. Weil es gibt so viele Reinkochen-Kinder in der Schweiz und die haben genau den gleichen Schutz verdient, wie Kinder von hetero-Menschen. Und darum muss ich sagen, es braucht wie alles, vielleicht noch etwas Kleines, was ich gerade letztens auch noch etwas angefangen habe. Ich bin am Datenschutz zuhause. Heutzutage, wenn ich in der Gange arbeite, muss ich ja immer eingeben, also ich angebe beim Arbeitgeber, ob ich auf die Erledung verheirate, oder in eigener tragenden Partnerschaft, etc. Und das ist, also ich bin eigentlich in dem Moment, in dem ich dem Arbeitgeber sage, ob ich in der traiten Partnerschaft bin, oder in ausgetragener Partnerschaft, oder geschieden oder verheiratet. Weil ich bin nicht einfach verheiratet, rechtlich, sondern in eigener tragenden Partnerschaft. Und das ist einerseits datenschutzrechtlich, ist das extrem heikel, weil das sind Daten über die sexuelle Orientierung. und das ist eigentlich nicht zulässig, dass das, also rechtlich ist das ja eigentlich nicht zulässig, dass der Arbeitgeber das einfach weiss, wenn ich das nicht will. Ich muss es aber gleich angeben. Und das ist eigentlich ein Zwangsouting. Es gibt ja Leute, die nicht wollen, ob ich jetzt verheiratet, also ob ich mit einer Frau oder einem Mann zusammen bin. Und das sind so ganz kleine Sachen, wo man nicht denkt, dass das Auswirkungen hat. Wenn es eben eine Ehe gibt, und dann noch eine Ehezweiterklasse, sprich eine rechte Partnerschaft. Das war kurz ein bisschen länger, gell? Das ist super, aber wenn du das so erzählst, das klingt alles super einktend. Niemand will ein Kind, das voll weise wird. Du redest vom Datenschutz, wenn du zuhause bist, macht absolut Sinn, wenn du das so sagst. Vor was hat man denn konkret Angst? Ist es Unsicherheit? Ist es Angst? Ist es Unwissenheit? Ist es Intoleranz? Was ist es? Das ist eine Frage, die ich mir sehr oft stelle. Und ich würde sagen, die Antwort, die Antwort, das weiss ich nicht. Ich habe noch Mutmassungen. Und ich glaube, dass viele Leute Angst vor, wie Veränderungen haben, oder von Neuem oder Unbekanntem. Und man hat halt immer das Gute bewertet, oder? Man möchte eigentlich nicht unbedingt mit den Menschen nicht so gerne Veränderungen, oder? Das ist so, ich glaube, so ein bisschen Einweis drin. Was ich auch noch denke, ist halt, dass viele, eher konservative Kreise, halt, ja, gläubig sind und halt das Gefühl haben, das ist nur für Mann und Frau gemacht. Das dürfen die natürlich schon auch denken. Und ich denke, ich muss ja nicht in der Kirche geraten. Ich bin ja gar nicht mehr in der Kirche dabei. Ich werde nicht austreten. Aber es geht auch mehr darum, dass wir rechtlich abgesichert sind und rechtlich die gleiche, wie die Menschen sind. Also ich möchte auch die gleichen Rechte, wie zum Beispiel meine hetero-Brüder, oder meine hetero-Kollegen. Und das habe ich im Moment nicht. Ich glaube, man müssten den Leuten einfach mal, also, das erste, was wir machen wollen, ist, jemanden fragen, ob die Person einen homosexuellen Kollegen oder eine Kollegin hat, so, oder jemanden, weil viele Leute die Meinung ändern, wenn sie wissen, meine Kollegen oder Arbeitskollegin oder der Enkel, was immer, schwul oder lesbisch ist. Und das sind ja auch nochmal Menschen. Viele haben das Gefühl, es gibt nur Kampflesben, also alles Frauen mit kurzen Haaren und Holzfällerhämmchen. Und bei den Schwulen hat man das Gefühl, das sind alles halbe Frauen, sage ich jetzt mal. wir kommen zu Klischees und haben dann Angst vor der Verrottung der Gesellschaft. Dabei sind wir, ich sage jetzt mal, wir sind ganz normale Menschen. Und bei uns gibt es auch alles, von der Holzhaarlesbe bis zur, ich sage mal, Lipsticklesbe. Und bei den Schwulen gibt es auch die richtigen Holtweller bis zu jemandem, der sehr feminin ist. Das gibt es aber auch sonst in der Gesellschaft überall. Wir versuchen mal die Klischees abzubauen. Weil viele haben vielleicht Angst vor dem Neuen und von diesen vielleicht nicht konventionellen Menschen und von diesen lustigen Paradiesvögel manchmal. Aber es sind alles nur Menschen. Und ich glaube, in der Schweiz sind wir auch so fortschrittlich, dass wir sagen, alle Menschen haben die gleichen Rechte. Darum haben wir immer noch 10% für unsere Gesellschaft und das sind viele Leute. Wenn man mal ausrechnet auf die Schweiz. dann denken die überhalben wir nur Menschen, die nicht die gleichen Rechte in der Schweiz haben. Wie Ihre Hitler-Freunde, oder? Du sprichst von Klischees, von Vorurteilen. Was man ganz oft hört, ist ja, es gibt ja bereits eine einzigartige Partnerschaft. Ja, das ist alles nur Salamitaktik, wenn man auch an die Adoption denkt. Man fordert zu viel, Ehe sind zwischen Mann und Frau und so weiter und so fort. Mal Hand aufs Herz. Inwiefern fühlt man sich da? Fühlst du dich als Person zweiter Klasse? Wenn ich so höre, einerseits hat das sehr weh getan. Mittlerweile bin ich sehr abgehärtet, weil ich als Hassmähler so gewohnt bin. Als exponierte Person. Oder auch nach dem Arena-Auftritt letzten Jahr im November habe ich natürlich nicht nur nette Nachrichten bekommen, sondern auch sehr verstörende Nachrichten. das tut mir ein bisschen weh, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, ich bin ein liberal bedenkender Mensch. Es darf jeder denken, was er will. Und wenn jemand das Gefühl hat, wir sind in der Hölle und sind krake Menschen, dann darf man aus der Person etwas denken. Aber ich finde, der Staat hat auch gewisse Pflichten. Und auch Pflichten dafür sorgen, dass die Menschen hier möglichst auch die gleichen Rechte haben. Und auch die gleichen Chancen, Chancengleichheit gegeben wird. Und dafür zurgehen, dass auch Minderheiten hier in der Schweiz nicht benachteiligt werden, sondern auch die gleichen Rechte. Ich sage nicht mehr Rechte, wir wollen ja nicht mehr Rechte, sondern wir wollen nur die gleichen Rechte, die hinterher sind. Und ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt, dass man sagt, wir möchten gerne die gleichen Rechte, weil wir sind einfach auch nur Menschen. Einerseits super stark, wenn du sagst, du bist dir das schon fast gewohnt, weisst wie damit umgehen, wenn vielleicht auch mal so ein Mail reinkommt, wie nach der Arena, die du angetönt hast, aber jetzt mal ernsthaft, also wie gehst du mit dem um? Ich meine, alles andere als angenehm. Ja, also ich glaube, als ich das erste Mal so ein Hass-Mail bekam, bin ich schon sehr schockiert gewesen. Gott sei Dank durch Facebook schon ganz viele Nachrichten löschen, bevor wir die überhaupt gelesen haben. Also ich glaube, 90% von Nachrichten kann ich gar nicht lesen. Und dann gibt es lustige Vögel, die mir ab und zu Bibelauszüge und solche Sachen schicken, via FDP damals noch, ich war Vizepräsidentin von der FDP an der Luzern. Mir hat mal ein Politiker etwas Gutes gesagt, und zwar hat er gesagt, weisst du Ann-Sophie, je mehr Dreck er angeschmissen wird, darfst du das nicht abputzen, sondern er muss ein Härter auf der Brust, also dass er richtig hart wird für einen Panzer. Und dann, wenn er wieder Dreck angeschmissen wird, dann wirst du immer stärker. Und das ist, ich glaube, mit der Zeit etwas abgehärtet, weil, ja, es gibt also Leute, die dann irgendwie via Social Media oder anonym trauen, etwas zu sagen oder zu machen. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt nicht eine extreme Person, die, ich sage jetzt mal, ganz am rechten, ganz am linken Rand politisiert und dann natürlich gewisse, also viel mehr darunter kommt. Ich bin doch, ich sage jetzt mal, so eine gutbürgerliche Politikerin oder Person und bin aber auch sehr oft für Gespräche. Also ich tue nicht, wenn irgendein kritisches Mail zurückkommt, das ich nicht hässig schreibe, oder entweder oder gar nicht, wenn es einfach Kindergarten ist. Oder ich schiebe die Netze auf und bitte für ein Treffen. Oder ich möchte ein paar Hintergrundinformationen mehr wissen, damit ich auch die Leute vielleicht auch ein bisschen verstehen kann. Oder ich möchte auch wirklich verstehen, was die Leute bewegt oder wo die Probleme sind oder warum jemand mit etwas Mühe hat. Und ich glaube, vielleicht noch ein bisschen Abschluss, noch mal einen Bogen spannen. Man muss die Leute auch eingehen und versuchen, die Leute zu verstehen. Und mit ihnen auch das Gespräch suchen, damit jemand vielleicht auch ein bisschen einsichtig wird. Oder seine Meinung überdenkt. Oder seine bisher sehr konservative Haltung. Mit gewissen Menschen geht das besser, mit gewissen nicht. Ich muss aber auch sagen, und um deine Frage noch abzuschliessen, ganz heftige Sachen oder ganz böse Mails habe ich bis jetzt nicht bekommen. Richtig, richtig üble. Also, ja. Aber das gehört glaube ich dazu, wenn man zum Beispiel im Nationalrat ist oder eine exponierte Person, also nicht so wie ich, sondern ich will mich, dann gehört das dazu, dass man ab und zu mal als exponierte Person die Nachrichten bekommt. Oder dass jemand nicht zum Ton findet. Aber das ist okay, ich glaube, dann muss man lernen umgehen und es lockerer sehen. Aufklärung ist primär über einen Dialog möglich. Umso besser, wenn man es eben auch sehen kann, in dem Fall, wenn es halt mal negative oder eben so Mails gibt, die du gerade erzählt hast. Abschliessend, es ist gerade Herbstsession im Moment im Parlament. Geht es da etwas weiter im Ständerat? Oder von welchem Zeitraum reden wir da, bis sich die Kommission entschieden hat? So schnell geht das aber leider nicht. Jetzt gibt es Angehörige. Und die müssen jetzt erst mal noch organisiert werden. Das heisst, in einer nächsten Kommissionssitzung hört man mal Rechtsexperten an, und überlegt sich dann und diskutiert, ob das wirklich eine Verfassungsänderung braucht. Es kann jetzt noch etwas länger gehen, weil dann wird erst mal diskutiert und diskutiert und diskutiert. Und man tut dann nicht in einer Kommissionssitzung zwei Tage lang diskutieren. Dann hat man einfach ein Zeitfenster von zwei Stunden oder einer Stunde reserviert. vielleicht drei Stunden, aber nicht länger. Und dann, die Kommissionssitzungen sind ja nicht irgendwie alle zwei Wochen, sondern sie sind fast so, sagen wir mal, einmal pro einen Monat oder zwei Monate. Je nachdem. Wir haben ja noch andere Kommissionssitzungen. Und der Ständerat sind durch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in verschiedenen Kommissionen. dort ist es manchmal etwas schwieriger, das Ganze zu koordinieren. Auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, jetzt könnte es erst mal etwas länger gehen, bis die Rechtskommission vom Ständerat die Anheuerungen durchgeführt hat. Dann diskutiert hat. Dann muss man ja erst noch entscheiden. Und dann geht das Ganze ins erste Ständerat. Erst dann, wenn die Rechtskommission abschliessend entschieden hat, was sie vorschlägt dem Ständerat. Und das kann natürlich sein, dass man voll und ganz dem Nationalrat folgt. Ich gehe aber nicht davon aus. Ich sage, die ständeratliche Rechtskommission wird wahrscheinlich eine andere Vorlage ins Ständerat schicken. Und dann wird der Ständerat über das befinden. Und dann ist man ja dem Nationalrat und dem Ständerat nicht gleicher Meinung. Das heisst, es gibt Differenzbereinigungen. Also man muss sich Differenzen bereinigen zwischen den zwei Entscheiden vom Nationalrat Ständerat. Und das kann natürlich länger hin und hin und her und hin und her geben. Und wenn man das anschaut, habe ich das Gefühl, es wird meiner Meinung nach nicht vor dem neuen Jahr sein. Dann wird man entscheiden. Ich gehe jetzt davon aus, dass die für alle kommt. Die Frage ist aber mit oder ohne Zugang zur Zusammenspende oder sprich Schutz von Kindern. Dort habe ich das Gefühl, das könnte wahrscheinlich eher nicht drin sein. Das heisst, nachher wird es wahrscheinlich das Referendum geben. Dann werden wir noch darüber abstimmen und dann wird das irgendwann mal Kraft treten. Ich glaube, dass die Ehe für alle erstens in 2023 frühestens wird kommen. Vorher nicht. Es ist leider traurig. Das heisst, ich muss dann mal mit meinem Beiratungsantrag länger warten. Aber es macht nichts. Danke viel, viel Mal. Und sind wir gespannt auf die nächsten Kapitel dieser Geschichte. Wer weiss, wenn es im Neujahr schon News gibt oder ein wenig später oder vielleicht in Zukunft noch einen Euro-Altrag, dann sind wir dann wieder in Kontakt. Ja, und ich lade gerne alle, die hier zuhören, an das Zürich Pride Festival in Zürich ein. Das ist immer im Juni in Zürich. Findet ihr auch am Internet auf unserer Homepage www.zürichpridefestival.ch Und das ist wirklich ein wahnsinnig toller Event. Dort kann auch jeder, jede kommen. Egal ob Heter oder Homo oder Alt und Jung oder Schweizer oder Ausländer oder was auch immer. Dort ist wirklich jeder Mensch willkommen. Es ist ein ganz, ganz schönes Festival. Und ich habe schon ganz viele Etro-Freunde gehabt, die immer regelmässig jetzt kommen, seit ich sie eingeladen habe, weil es einfach ein Fest ist, wo die Leute so positiv sind und so fröhlich und einfach so können sein, wie sie sind. Also niemand muss sich hinter den Öl oder etwas verstecken. Jeder Mensch kann einfach sein, wie er ist oder wer sie ist. Ja, kommt doch einfach mal an die Pride und schaut mal, was das für Leute sind. Und dann seht ihr auch, wie divers wir sind und wie vielseitig wir sind. Danke viel, vielmals für diese super sympathischen Gespräche, also offenen Gespräche, für die Ausführungen. Und wer weiss, was in Zukunft noch alles entschädern wird in der näheren oder auch dort in der Zukunft. Vielleicht hören wir uns ja wieder einmal. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und danke vielmals noch einmal auch noch einmal. Danke für das Gespräch. Super spannend war mit dir, Thomas. Ich bin gespannt auf deine nächsten Podcasts. Tschüss, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.